Bei dem nächsten Gospel stellt uns ein Gespräch vor zwischen einem, der an gar nichts glaubt und alles angezweifelt, und einem Menschen, der darauf vertraut, auf Gott setzt, darauf vertraut, dass Gott uns eine große Würde, einen großen Wert geschenkt hat. Crown stellt also ein bisschen dieses Gespräch zwischen den beiden dar. Er zählt, er zählt, er zählt, er zählt, er zählt. Musik 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 oh Die erste Dopp, die ist die Leidstürme der Massen. Malmö, die auch was. Malmö, die auch was. Malmö, die auch was.